Nur zwei Kategorien von Menschen fahren so schnell. Korps und Kriminelle. Oft werden wir beschuldigt, unnötig Gewalt anzuwenden, weil ab und zu einer in der Mauer landet. Aber ein fairer Kampf kümmert uns nicht. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Und wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, haben ein C-44 mit einer Radarfalle erwischt. Alle Einheiten nähren und festsetzen. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines C-41. Officer fordert Verstärkung an. Verstärkung, 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 Verstärkung. Verstärkung, Verstärkung. Hinweis auf möglichen 10-44 in der Nähe. Drehen wir das näher an. Verfolge den Verdächtigen mit Code-3. Gibt es was zum Fahrzeug? Hersteller und Beschreibung? Over. Das Code-3-Ziel ist ziemlich teuer. Einaria ist Martin Vanquish. Angriff erfolgreich. Racer fahrunfähig. Ich versuche ihn zu verhaften. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten und Unterstützung leisten. Zentrale an alle Einheiten, Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und Verfolgung des Officer unterstützen. Achtung, Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. L-51, Code 3 Verdächtiger hat Fahrerflug begangen. Ansonsten, Officer verfolgt Verstärkung. Zentrale aber die Karre dieses Racers zerstört. Der ist erledigt. Anstreffer positiv, das Langsamma. Auf Kontroll, der Racer wird schneller, der Kielpolizei wird seiner Position alarmieren. Bedächtige wollen uns langsamer machen. Kontroll, 1044 ist geflüchtet. Racer, Kurze heiße Verfolger sind aufgewogen. Alle Einheiten, verfolge einen 1041 auf Sun Valley Run. Könnte ein Kontrollinsatz sein. Nachdem ein Street Racer ein Video im Internet veröffentlicht hat, nehmen sich dies andere Fahrer zum Vorbild und laden ähnliche Videos hoch. Es scheint, als wäre aus einer ehemaligen Untergrundsportart eine alt-virale Reality-Show mit Fahrern, die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Wahrnehmung ist Realität. Recht und Ordnung gibt es nur, wenn Leute daran glauben. Heute glauben sie weniger daran als gestern. Sie sehen, wie Racer ohne Folgen Gesetze missachten. Und wenn Gesetze wirkungslos sind und nur noch höfliche Vorschläge, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Uns wirft man Einschüchterung vor. Dabei ist demonstrierte Gewalt angewendeter Gewalt klar vorzuziehen. Und wenn demonstrierte Gewalt nicht mehr ausreicht, muss man manchmal doch das einzig Wahre tun. Sie müssen Ihre Lektion lernen. Sie müssen Ihre Lektion lernen. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed Racer Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Officer meldet Sichtkontakt zu Racer und verfolgt ihn. Einheit ist Code 3 und fordert Unterstützung an. em Ich habe einen verdächtigen Racer auf dem MDC, Standby-Zentrale. Bin hinter dem 1044 und gehe auf Code 3. Ach, ich verstanden. Könnt ihr das verdächtige Fahrtabschreiben? Over. Code 3 Ziel fährt einen ersten Martin Weng. Fresse, versuche jetzt die Festnahme. Auf Treffer positiv, wird langsamer. Auf Nägel abgesetzt. Kontroll nach folgender Einheiten warm. Auf Kontroll komme nicht an Racer dran. Verteidigt sich mit allen Mitteln. Sächte Verfolgung vorn. Achtung! Verdächtige! Hängt uns ab! Nicht verstanden. Ihr leitet Verstärkung vor eurer Position auf. Zentrale Lage spinnt sich zu. Verfolge jetzt 1244. Wiederhole. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 8. 9. 10. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich versuche jetzt die Festnahme und setze Nadelbänder ab, um sich 44 auszubrennen. Das war's für heute. Das war's für heute. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Der Verdächtige verteidigt sich. Ich bin noch hinter Ihnen. Achtung, Officer in Code 3 für verdächtige Bracer. Nahe Einheiten und Unterstützung bleiben. Ich habe den Tempo-Sünder gerannt. Control, Achtung, Zielfahrzeug aus der Gefächt. Gehre zu normalen Streifen. 10-4, Alle Einheiten, Einsatz ist beendet. Zurück auf vorgesehene Streifen. Achtung, Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Schnelle Bewegungen in der Nähe. Fahre hin und sehe mir das Ziel an. Dein Freund und Verfolger. Dein Freund und Verfolgung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Öffentlichkeit schützen